Vielen Dank für die Einführung und die freundlichen Worte und auch für die Ausrichtung dieser Konferenz. Die ist sehr bunt gewesen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, in einige der Vorträge reinzuschauen. Und bevor sich der eine oder die andere Teilnehmerin wundert, ich bin tatsächlich in meinen freigegebenen Folien zu sehen. Also die ganze Kamera nebenan, die läuft zwar auch mit, aber das hat technische Gründe, dass ich quasi in meinen Folien drin bin. Und um euch alle und Sie alle aus der Mittagspause gebührend abzuholen, habe ich einen kleinen Film mitgebracht, den ich jetzt einfach erstmal wortlos abspielen möchte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Gutenberg-Galaxis ist tatsächlich angelehnt an den Begriff, der von Marshall McLuhan 1962 schon geprägt wurde, nämlich die Gutenberg-Galaxis. McLuhan hat da ein Buch geschrieben, in dem er beschreibt, dass der Buchdruck für die europäische Kultur, wie wir sie heute kennen, tatsächlich leitend ist und natürlich von Europa aus auch für die ganze Welt bestimmend war. Oder auch immer noch ist und genau das werde ich jetzt in den nächsten Minuten ein wenig beleuchten. Was hat denn jetzt aber diese Touring-Galaxis und auch diese Weltraumsaga, denn nichts anderes als ein einziges Zitat dieser berühmten Filme ist eigentlich dieses Intro gewesen, mit der VBIP 23 zu tun? Naja, es geht ja hier um so Themen wie KI und ich habe mir, als ich angefragt worden bin für diese Keynote überlegt, es wäre eigentlich schön, wenn man die Keynote komplett in diesem Storytelling-Modus aufzieht und sagt, KI ist ein bisschen wie die Macht. Es gibt eine gute Seite und es gibt eine schlechte Seite oder eine helle und eine dunkle und man kann sich entscheiden, wie man es einsetzen möchte und hätte dann so die ganze Keynote aufbauen können, bin allerdings dann davon abgekommen, weil einfach in der Zwischenzeit so viel passiert ist und es mir wichtig ist, dass wir vielleicht dieses ganze Thema KI und was wir sonst gerade im digitalen Raum erleben, nochmal ein bisschen einordnen in das Gesamtbild, was gerade mit unserer Gesellschaft passiert. Und das ist ja auch das Tagungsthema, die digitale Transformation. Dieses Video aber, das möchte ich trotzdem nachher nochmal ein bisschen besprechen. Es ist tatsächlich entstanden unter der Zuhilfenahme von ChatGPT, den Link hier unten, wie das ganze Protokoll dieses Chat-Verlaufs ist, den teile ich auch nachher gerne, dann könnt ihr da mal reinschauen. Besonders amüsant finde ich, dass die Idee, dass das böse Element der Todeslichtprojektor ist, die ist tatsächlich nicht von der KI, sondern von mir. Aber ich habe die KI gebeten, mir diesen Wortwitz doch mal zu erklären und zu erläutern und das war ganz spannend, was dabei rauskam. Das heißt, wir schauen heute auf die digitale Transformation und ich möchte aber das vorher noch ein bisschen framen und noch zwei, drei Worte dazu verlieren, wie ich auf die Sache blicke und wie ich auch dazu kam. Denn mein Name ist, wie gesagt, David Lohner, steht auch irgendwo hier in dem Fenster und ich bin, also ich habe verschiedene Hüte auf. Ich habe nämlich einerseits den Hut auf, dass ich Vorstandsmitglied in der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik bin und auf der anderen Seite lehre ich aber auch am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie in, und hier zieht sich das Star Wars Thema weiter fort in einem Seminar, das ich L2D2 genannt habe. Diese Abkürzung steht für Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität. Und genau da ist schon der erste Begriff, den ich nachher nochmal näher beleuchten möchte, Digitalität. Aber in dieser Lehrveranstaltung geht es mir ganz besonders darum, dass ich den Studierenden, die hauptsächlich für das allgemeine Lehramt, also für das Lehramt an Gymnasien studieren, dass ich ihnen das Konzept von Medienkompetenz erläutere und mit ihnen gemeinsam erarbeite. Und sie versuche auch darin ein Stück weit zu schulen, diese Kompetenzentwicklung zu fördern. Denn Bildung ist letztendlich das, wofür ich mich verschrieben habe und genau das steht auch hier daneben. Hochschuldidaktik oder auch Lehre. Also es geht tatsächlich um Hochschulbildung. Das ist so meine Perspektive. Und wenn wir jetzt schauen, was wir dieses Jahr alles gesehen haben, also den Aufstieg generativer KI, den Niedergang von einem vormals bedeutenden Microblogging-Dienst, dann stellt sich die Frage, wohin schauen wir denn in Zukunft mit der digitalen Transformation? Ist das ein Aufstieg oder auch ein Niedergang? Und je nachdem, wie man da drauf blickt, kann man das so oder so münzen. Das heißt, digitale Transformation ist tatsächlich so das Ding, was über allem steht. Und die Frage ist, was ist das eigentlich? Können wir das mitgestalten? Das ist für so viele Veränderungen verantwortlich. Aber wo kommt das alles her? Es ist irgendwie omnipräsent, aber niemand kann es so ganz genau greifen, was das eigentlich ausmacht, was sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, es hilft, wenn man sich vor Augen führt, wie diese digitale Transformation überhaupt zustande kommen konnte oder kann. Und das ist genau der Punkt, dass nämlich die sogenannte Digitalität eigentlich die digitale Transformation erst möglich macht und bedingt oder, wenn man so möchte, auch verursacht hat. Digitalität ist jetzt erstmal ein Begriff, auf den gehe ich später nochmal genau ein. Ich möchte aber zuerst nochmal auf den Begriff der Transformation eingehen und vielleicht auch nochmal ein bisschen theoretisch oder geschichtlich herleiten, dass Transformationen eigentlich gar nichts Schlechtes sind oder auch nicht ungewöhnlich sind. Denn wir als, und jetzt mache ich den ganz großen Bogen, auch als Menschheit, haben schon einige große kulturelle Paradigmenwechsel oder auch Transformationen durchlebt. Nämlich, wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, dann war die Menschheit lange Zeit eine orale Kultur. Das heißt, wir haben Wissen und Informationen mündlich weitergegeben. Dieses mündlich tradierte Wissen, das ist vielleicht auch ein Begriff, den einige kennen, das war eine One-to-One-Kommunikation. Also es geht immer um den kommunikativen Aspekt bei dieser Betrachtung. Und das hat natürlich eine sehr begrenzte Reichweite, weil ich mich natürlich zumindest damals in unmittelbarer Nähe zueinander befinden musste, um miteinander sprechen und kommunizieren zu können. Es liegt auch ganz viel stille Post dazwischen. Also gerade, wenn man bestimmte mündlich tradierte Informationen heute nochmal prüft, stellt man vielleicht manchmal fest, ob das alles so stimmt und richtig ist. Und das war also sehr lange her schon. Und dann kam irgendwann die Handschrift auf. Und Personen oder Menschen konnten Wissen und Informationen handschriftlich festhalten. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die jüngere Vergangenheit, also die letzten sechs, vielleicht siebenhundert Jahre schauen, also nicht in die Antike, sondern eher das, was danach kam, auf den europäischen Kontinent, dann stellen wir fest, dass Handschrift eigentlich ein Medium ist, was zumindest geschichtlich betrachtet zunächst in der Hand weniger gelehrter lag. Und zusätzlich auf unserem Kontinent auch noch hauptsächlich in der Hand der Kirche. Das heißt, es gab nur einen sehr, sehr kleinen Kreis derer, die der Schrift mächtig waren und ebenso einen sehr kleinen Kreis, die diese Schrift auch lesen konnten. Das heißt, hier war es so eine One-to-a-few-Kommunikation, wenn man so möchte. Das heißt, eine Person hat Dinge aufgeschrieben und nur wenige andere konnten das lesen und dann wieder auch mündlich weitergeben. Mit all den Verfärbungen, die dabei natürlich entstehen können. Und was dann so ein bisschen revolutionär war, ist, dass der Buchdruck erfunden wurde. Also hier in Europa war das auch im Mittelalter, wenn man das ganz weit fasst, global gesehen gab es natürlich ähnliche Apparate schon ein bisschen früher. Aber für die europäische Kultur muss man doch festhalten, dass gerade mit diesem Zeitalter der Typografie es möglich wurde, dass auf einmal einige wenige Personen, die es sich leisten konnten, Bücher zu drucken und zu verlegen, auf einmal mit ganz vielen Personen kommunizieren konnten. Nämlich alle diejenigen, die lesen konnten. Denn etwa zur gleichen Zeit entstand auf unserem Kontinent die allgemeine Schulpflicht oder zumindest in unserem Kulturkreis, sodass eben dieses Lesen möglich wurde. Und das, der Buchdruck in Europa geht ja zurück auf eine Person mit dem Namen Gutenberg. Und deshalb nennt man diese Zeit auch, und das ist genau das Paradigma, das McLuhan in seinem Buch beschreibt, die Gutenberg-Galaxis. Das heißt, wir haben einen Kosmos an Wissen und Informationen, das schriftlich festgehalten ist, das gedruckt wird, das vervielfältigt werden kann. Und auf diese Art und Weise wurde sehr, sehr lange kommuniziert. Und was wir jetzt gerade erleben, seit dem Aufkommen der Digitalisierung, ist eben eigentlich das Paradigma der Digitalität. Und gerade durch die Verbreitung, durch die rasante Verbreitung von Internet- und Kommunikationstechnologien kann im Grunde potenziell jeder und jede von uns zum Sender werden. Und jeder und jede kann auch zum Empfänger werden. Das heißt, wir haben jetzt eine echte Many-to-Many-Kommunikation. Und jeder und jede findet sein eigenes Publikum. Und ich kann natürlich über die zum Beispiel sozialen Medien auch ganz gezielt sehr kleine Zielgruppen erreichen. Also scheinbar kleine Zielgruppen, die eben sehr weit verstreut sind. Das heißt, ich kann mich, selbst wenn ich in irgendeinem kleinen Dorf auf dem Land lebe, über die sozialen Medien mit Aktivisten für mein Thema und sei es noch so spezifisch, vernetzen. Und dann vielleicht tatsächlich eine Stimme bekommen und erzeugen, die gesellschaftliche Resonanz erzeugt. Jöran Mus-Mehrholz hat in dem Zusammenhang in einem Text bei der Bundeszentrale für politische Bildung von der Digitalisierung als großem Verstärker gesprochen. Und das ist eine sehr schöne Analogie, weil, wie ich eben gesagt habe, ich kann als Einzelperson isoliert in einer kleinen, lokalen, regionalen Gruppe über die digitalen Medien, über diese digitalen Medien auf einmal sehr viel bewirken und das natürlich zum Guten verwenden. Das heißt, sie wirkt tatsächlich wie ein Verstärker, diese Digitalisierung. Aber genauso kann auch jeder Nazi sich vernetzen und jeder Hass und Hetze verbreiten und das auch sehr viel effizienter, schneller und besser tun, als er das vorher ohne die digitalen Medien konnte. Und das ist also das, was Digitalität meint. Wir haben die Möglichkeit zu kommunizieren über diese digitalen Medien und stehen so auf einmal im Austausch mit ganz vielen Personen. Digitalität und insbesondere eine Kultur der Digitalität hat aber noch mehr Dimensionen als das reine Nutzen von sozialen Medien. Und diese Dimensionen hat Felix Stalder in dem gleichnamigen Buch 2016 die Kultur der Digitalität sehr schön beschrieben. Und zwar nennt er drei konstituierende Merkmale für diese Kultur der Digitalität. Nämlich einmal die Referentialität, einmal die Gemeinschaftlichkeit und einmal die Algorithmizität. Die Referentialität bedeutet im Grunde, dass wir uns als Menschen in unserer Kultur immer wieder auf andere Dinge berufen. In der Wissenschaft zitieren wir zum Beispiel, in der Popkultur nehmen wir Dinge auf, parodieren sie. Und heutzutage im Internet, wenn wir Internetmemes zum Beispiel anschauen, dann haben wir auch ganz oft Referenzen auf popkulturelle Phänomene. Also das ist ein Bestandteil dieser Kultur der Digitalität. Der zweite Bestandteil ist die Gemeinschaftlichkeit. Denn durch diese Referenzen entsteht eigentlich eine Gemeinschaft. Ich beziehe mich auf gleiche Quellen. Das heißt, wir teilen gemeinsame Werte. Ich kann diese Reichweiten, von denen ich eben gesprochen habe, nutzen, um Gemeinschaften zu finden oder neue Gemeinschaften zu erzeugen. Und der dritte Punkt ist die Algorithmizität. Und die meint im Grunde, dass die Informationslage global betrachtet inzwischen so umfassend ist, dass ich als Individuum überhaupt keine Möglichkeit habe, diese Informationen alle zu durchscannen und daraus Wissen zu generieren für mich. Das heißt, ich bin eigentlich, und jetzt beziehe ich mich wieder auf die sozialen Medien, ich bin auf Algorithmen, also auf eine maschinelle Vorsortierung dieser Inhalte angewiesen, um überhaupt einen Sinn für mich darin zu erkennen. Das heißt, diese Newsfeels oder meine Social Media Timelines, die sind auf mich zugeschnitten, und zwar algorithmisch, sodass bestimmte Mechanismen dazu führen, dass ich nur eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Informationen zu Gesicht bekomme. Und häufig basieren diese Algorithmen eben auf dem, was das System denkt, meine Vorlieben sind. Oder auch meine bisherigen Nutzungsgewohnheiten. Also bei dieser Mustererkennung, da sind wir dann schnell wieder beim Thema KI und künstliche Intelligenz. Diese drei Merkmale, die bilden im Grunde die Säulen dieser Kultur der Digitalität. Und auch diese Darstellung ist eigentlich nicht ganz korrekt, denn diese Säulen in dieser Darstellung stehen jetzt nebeneinander, die bedingen und beeinflussen sich aber wechselseitig. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Hierarchie. Es gibt keine kausale Abfolge, keine sequentielle Abfolge, sondern alles ist miteinander verflochten. Und diese Aspekte, die stehen einfach in einem extrem dichten Wirkungsgefüge zueinander oder miteinander. Und wenn man diese Kultur der Digitalität jetzt ein bisschen näher betrachtet, dann wird man feststellen, dass das eigentlich schon sehr lange besteht. Also insbesondere die Gemeinschaftlichkeit und die Referentialität. Denn auch das, wenn ich jetzt wieder auf mein Intro zurückschaue, wenn wir mal schauen, 1977, also lange, lange bevor das Internet da war, kam eben Star Wars Episode 4 in die Kinos. Und zehn Jahre später gab es eine Parodie mit dem schönen Namen Spaceballs. Beide Filme sind übrigens älter als ich. Also auch das muss man dann schauen, wenn wir über die Referentialität schauen, wie lange solche Werke in der Kultur dann Wirkung haben können. Und die Algorithmizität, wie gesagt, spielt damals noch eine sehr untergeordnete Rolle, weil es eben diese digitalen Medien, so wie wir sie heute kennen, noch gar nicht gab. Aber gerade in den 80er Jahren, die jetzt ja hier dann mit Spaceballs prominent sind, kam das allmählich auf, dass Algorithmen auch Kultur mitbestimmt haben. Und ich persönlich habe ein bisschen Hintergrund in der Musikszene. Und die ersten Drumcomputer oder Synthesizer, die entstanden in den 80ern und waren also ein, wenn man so möchte, popkultureller Vorläufer oder Motor der Digitalisierung im Musikbereich. Und Musik ist ja genuin Kultur, wenn man so möchte. Das heißt, da hat schon die Algorithmizität auf diese beiden anderen Dinge eingewirkt, sodass dieses Geflecht entstehen konnte. Und die digitale Kommunikation in den sozialen Medien im Speziellen, die ist natürlich vollends algorithmisiert. Und sobald wir den Webbrowser aufmachen oder das Handy zücken, dann bestimmen eigentlich Algorithmen unser Handeln und unseren Umgang unseren Umgang mit diesen Medien. Das heißt, wenn ich Kultur der Digitalität noch einmal an einem Beispiel der Internet-Memes zusammenfassen würde, dann heißt das, dass diese Kultur der Digitalität oben links erstmal eine Veränderung der Gesellschaft beschreibt. Und zwar, dass immer mehr Menschen durch diese digitalen Medien in die Lage versetzt werden, kulturelle Prozesse zu beeinflussen oder mitzugestalten. Und dass natürlich ihr Handeln unmittelbar mit Technologie verbunden sein muss dafür. Und diese drei Merkmale sind dann hier auch nochmal farbig dargestellt. Die Gemeinschaftlichkeit bei Internet-Memes, also bei diesen lustigen Bildchen mit der Überschrift, die das Team der VBIP im letzten Jahr übrigens sehr gekonnt eingesetzt hat, wie ich finde. Das entsteht, wenn eben bestimmte Menschen eine Idee überzeugend oder eben amüsant finden und dadurch sich auf diese gemeinschaftliche Basis stellen können, auf der diese Kultur der Digitalität basiert. Das zweite Merkmal, hier in gelb dargestellt, heißt dann, dass genau wie mein Intro heute diese Memes häufig auf bekannte Bilder, Filme oder andere Phänomene beziehen, manchmal auch Situationen oder Gefühle inzwischen. Und das heißt, diese Kultur der Digitalität baut auf Verlinkungen auf, auf einem Netzwerk, auf Knotenpunkten und ihren Verbindungen. Und auch da zeigt sich, dass es Netzwerke natürlich auch abseits des Internets geben kann. Personen bilden ja auch Netzwerke oder bestimmte Informationen in zum Beispiel Bibliothekskatalogen. Und das dritte Merkmal ist dann die Algorithmizität. Das meint eben genau das, was ich eben gesagt habe, dass ich Programme brauche, Computerprogramme in aller Regel, die mich dabei unterstützen, entweder diese Memes zu erzeugen, so wie ich das jetzt mit ChatGPT für den Lauftext von Star Wars Episode 4 gemacht habe. Oder auch beim Suchen und Finden und Liken und Weiterteilen dieser Internet-Memes. Und genau das ist also das, was die Kultur der Digitalität ausmacht. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, dass das inzwischen omnipräsent ist, dann beeinflusst das ja schon unser Tun und Handeln, weil wir uns einfach dieses Wirkungsgefüges bewusst sind und wir viel differenzierter drauf schauen können, welche Folgen oder welche Voraussetzungen unser Handeln eigentlich hat. Und genau hier an dieser Grenze zwischen der Gutenberg-Galaxie, also der Typografie und der Digitalität der Turing-Galaxis, da stehen wir im Moment. Das heißt, wir stehen hier mitten in diesem Paradigmenwechsel und der Punkt ist der, dass die Digitalität, dieses neue Paradigma eigentlich auch eine neue Logik erfordert. Und diese neue Logik, die bemerken wir immer dann, wenn irgendwas nicht klappt und aber besser klappen könnte zum Beispiel. Und gerade wir als öffentliche Einrichtungen, bei mir sind das die Hochschulen, bei euch allen in der Regel die Bibliotheken, die sind ganz häufig noch massiv in der Gutenberg-Galaxis, ja, ich will es ja an gefangen, aber wir hängen dort zumindest mit unserem Denken noch fest. Und gerade wenn wir nochmal auf die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel schauen, dann zeigt sich das ganz extrem. Die Logik im Digitalen, die würde bedeuten, ich als Nutzer, Nutzerin stelle einen Antrag oder fülle ein Formular aus, das wird in der Datenbank gespeichert, das wird irgendwo dort, wo es hin soll, angekommen, geprüft und kriege dann das Gütesiegel gültig, bewilligt, wie auch immer. Im Nicht-Digitalen, und das ist das, was heute immer noch häufig vorherrscht, auch wenn es einen digitalen Anstrich hat, wie zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen des Staates, über das Online-Zugangsgesetz, sehen so aus, dass ich als Individuum ein Dokument ausfülle und dann muss ich es ausdrucken und per Post zum Amt schicken und dann wird es nochmal in eine andere Abteilung gebracht und dann wird es dort korrigiert, es wird nochmal irgendwo getippt, wieder verschickt zum dritten Amt und dort wird es dann vielleicht bewilligt. Das ist alles nicht so schön. Wer sich den aktuellen Stand der Digitalisierung der deutschen Verwaltung näher anhören möchte, dem empfehle ich die Podcast-Folgen 301 und 302, das Podcasts Lage der Nation, wo das sehr anschaulich beschrieben und geschildert ist. Das heißt, das ganze System ist irgendwie sehr träge und wenn wir über Gesellschaft und träge Systeme reden, dann kommt mir immer mein Gemeinschaftskundelehrer aus der 10. Klasse in Erinnerung. Herr Bormann, wenn Sie das irgendwann sehen oder hören, hallo, ich erinnere mich noch, der hat nämlich den Vergleich mit dem Schiff gezogen. Der hat gesagt, Gesellschaft ist im Grunde ein riesiger Ozeantanker und jeder weiß, was mit einem Schiff oder mit einem kleinen Ruderbötchen passiert, wenn man auf der einen Seite das Paddel raushält. Es wird auf der Seite langsamer und wendet in genau diese Richtung. Es lenkt. Und er hat gesagt, Gesellschaft ist eben dieser Ozeantanker und jedes Gesetz, jede Verordnung, jede kleine Maßnahme ist eine Person, die die Hand auf der einen Seite raushält und ein bisschen mehr Reibung und Widerstand erzeugt. Das bremst auf der einen Seite und steuert so diesen Tanker. Aber verdammt langsam. Das heißt, unsere Gesellschaft ist, was das angeht, sehr, sehr träge und diese Transformation findet eigentlich erst langsam statt. Und das passt irgendwie nicht so ganz zu den aktuellen Entwicklungen, die wir im digitalen Raum beobachten können. Denn diese neuen Technologien und der Umgang damit, der erfordert eben diese neue Logik, dieses, wir müssen in Netzwerken denken, das muss digital passieren. Und wenn wir jetzt versuchen, unsere Gesellschaft und die ganzen Strukturen umzubauen, dann dauert das. Und wenn wir aber Strukturen umbauen in einer Gesellschaft, dann ist es häufig so, dass in unserer Gesellschaft, die so voll ist durch den Umbau, wir nicht einfach Lücken füllen, die sowieso da sind, sondern unsere Gesellschaft ist ja schon so voll. Es ist ja im Grunde jede Nische besetzt, sodass wir eigentlich, wenn wir das verändern und umbauen müssen, dass wir bestimmte Dinge abbauen oder umstrukturieren. Und das passiert selten ohne Reibung. Und wir sehen also, dass dieser Umbau gerade in vollem Gange ist und dass der eine oder die andere von dieser schnellen Entwicklung, die insbesondere die Wirtschaft natürlich vorlebt oder vorlegt vielmehr, davon überrascht wird. Und das ist eigentlich dieses disruptive Moment, von dem wir sprechen, wenn wir über digitale Transformation reden. In dieser digitalen Welt entstehen nämlich neue Geschäftsmodelle um dieses Konzept von Digitalität. Und das nicht erst seit die großen Sprachmodelle da sind und Künstliche Intelligenz in aller Munde ist, sondern auch schon viel früher. Wir haben zum Beispiel in den frühen 2000ern gesehen, was das Konzept von Digitalität mit der Musikbranche gemacht hat, mit der Musikindustrie. Wir hatten Tauschbörsen im Netz. Ich kenne Napster noch als nicht Streamingdienst wie Spotify, sondern als Tauschbörse. Netflix, auch bekanntes Beispiel, war früher mal eine Videothek. Da konnte man diese großen schwarzen VHS-Kassetten ausleihen. Und Netflix ist ein sehr positives Beispiel. Die haben relativ früh und schnell verstanden, dass ein digitaler Distributionsweg möglicherweise von Vorteil sein kann für dieses Unternehmen. Das hat wunderbar geklappt. Netflix gibt es immer noch. Die ganzen anderen Videotheken, also hier in Karlsruhe, bei uns gibt es, glaube ich, keine mehr. Die sind verdrängt worden von dieser Entwicklung. Und genau das ist die Kehrseite, der wir vielleicht ein bisschen mehr Beachtung schenken sollten. Und jetzt gerade im Lichte von KI und generativer KI insbesondere, sind wir im Begriff zu sehen, dass die Kreativbranche, die Texte verfasst oder Bilder erstellt, dass die gerade im Begriff sind, auch wieder verdrängt zu werden von dieser technologischen Entwicklung. Ähnlich wie damals die Videotheken von Diensten wie Netflix. Also dazu finden sich verschiedene Postings von eben Kreativen auf sozialen Medien wie Reddit oder auf Twitter beziehungsweise X und sicherlich auch in anderen sozialen Netzwerken, die berichten, dass ihre Auftragslage zurückgeht, seit ChatGPT erschienen ist, vor einem Jahr etwa. Und diese Geschäftsfelder rund um die Digitalität, die können eben kommerzieller Natur sein oder vielleicht auch anderer Natur. Und genau das beschreibt auch Felix Stalder in seinem Buch Die Kultur der Digitalität sehr schön mit den Begriffen Postdemokratie und den sogenannten Cummins. Unter Postdemokratie versteht Felix Stalder, wenn man es ein bisschen dystopischer ausdrücken möchte, den Umstand, dass wir uns gerade im Digitalen wieder sehr an diese großen Anbieterketten, Google, Facebook oder Meta vielmehr, Amazon, Apple und Microsoft und wie sie alle heißen, die durch einen Netzwerkeffekt und durch Login-Effekte immer mehr Nutzer und Kundinnen und Kunden an sich binden und wir aber überhaupt keine Möglichkeit haben, auf die Spielregeln, die innerhalb dieser Netzwerke herrschen, Einfluss zu nehmen oder nur minimal. Das heißt, das wäre so dieses Postdemokratische. Wir haben keine Mitbestimmungsmöglichkeiten mehr, sondern wir sind eigentlich dem ausgeliefert, was die großen Konzerne machen. Wenn Preiserhöhungen kommen, dann ist das so. Und wenn die Leute sagen, okay, ihr könnt nicht mehr hier Mitglied sein, dann werden wir rausgeworfen und können da nicht intervenieren. Und deshalb, wie gesagt, da kann man eine sehr dystopische Zukunft daraus zeichnen. Demgegenüber stehen dann die sogenannten Commons. Die kennen wir in unserer Bubble häufig aus dem Begriff Creative Commons, also aus den freien Lizenzen. Und damit sind gemeinschaftlich organisierte Strukturen gemeint bei Felix Stalder. Das heißt, Strukturen, die dezentral sind und mit gemeinschaftlich bezieht sich Stalder häufig auf staatlich organisiert, weil ja der Staat im Grunde der kleinste oder größte gemeinsame Nenner ist, auf den wir uns als Gesellschaft geeinigt haben. Wir alle bezahlen ein, sei es jetzt Steuern oder Tätigkeit oder wie auch immer. Und die demokratische Erzählung ist eigentlich die, dass wir alle mitreden können und dürfen. Natürlich muss man das je nach Größe eines Staates oder einer Gesellschaft ein bisschen lenken. Und wir haben uns eben für die repräsentative Demokratie entschieden. Aber die Idee dahinter ist, jede Stimme zählt. Jeder und jede von uns kann, soll und muss gehört werden. Und deshalb haben wir auch alle die Möglichkeit, mitzubestimmen. Und über die Digitalität oder über digitale Medien haben wir eben über diese Gemeinschaftlichkeit auch die Möglichkeit, kleinere Gruppen, also kleineren Gruppen Gehör zu verschaffen. In der Wissenschaft und auch in der Bibliothekswelt, glaube ich, sind so Werte wie Open Access und Open Education wunderbare Paradebeispiele für genau diese Art und Weise des Denkens und des Handelns. Und nach meinem Dafürhalten ist das, also sind die Commons eigentlich das erstrebenswerte Ziel. Und wie sich aber jetzt dieser Konflikt austrägt zwischen diesen beiden doch sehr extremen Polen, das erleben wir gerade, vermutlich viele von uns, hautnah auf unserem eigenen Smartphone. Dort herrscht nämlich gerade im Moment beinahe schon ein Kampf zwischen dem Fediverse versus X oder Twitter. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Open Source Software, dezentrale Infrastrukturen, bunte Communities. Jeder, der möchte und jeder, der will und kann, darf sich eine eigene Instanz hosten und ist so Teil dieses sozialen Netzwerks. Mastodon zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir Closed Source, zentrale Server, eine Person, die den ganzen Laden schmeißt, mehr oder weniger gut. Und die Nutzerschaft ist im Grunde nur noch braune Einheitsbrei. Und ich bin sehr froh, dass die VBIP nur noch im Fediverse unterwegs ist, auf Mastodon. Ich mache das ähnlich und hier unten steht nochmal ein Link, weshalb ich mich für genau diesen Weg entschieden habe. Dass ich gesagt habe, Social Media ja, aber bitte nur noch Mastodon. Weil ich eben großer Verfechter dieser Idee der Commons bin und auch für mich persönlich entschieden habe, dass es durchaus psychohygienische Gründe haben kann, den Konsum von sozialen Medien, die algorithmisch gesteuert sind, ein Stück weit einzuschränken. Okay, noch einmal zurück zur digitalen Transformation. Wir haben ja schon festgestellt, dass Transformation eigentlich eher ein langsamer Prozess ist und dass die digitalen Wirtschaftszweige ein enormes Tempo vorlegen. Und gerade gestern hat Google ein neues KI-Modell vorgestellt, multimodal. Es kann zuhören, es kann zuschauen, es kann schreiben und auch Code programmieren. Also es ist so das Allheilmittel, sage ich mal. Und Google hat vor allen Dingen angekündigt, dass das optimiert ist für die Integration in alle Google-Dienste. Und ich glaube, dann wird das besonders spannend. Wenn KI mit JetGPT ihren iPhone-Moment hatte vor einem Jahr, dann wird dieser Hype um KI irgendwann abflauen. Im Moment ist noch alles der heiße Scheiß, auf dem KI draufsteht. Aber irgendwann wird das nicht mehr so sein. Entweder, weil wir gemerkt haben, dass diese Einwendungen viel zu viel Energie verbrauchen und wir damit unseren Planeten vollends zugrunde richten. Oder weil es einfach omnipräsent ist und gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein kann. Und genau dann ist es, glaube ich, spannend, wenn KI nicht mehr explizit genannt wird. Denn dann haben wir auch bei all diesen Diensten, wie jetzt Microsoft Word, Microsoft Co-Pilot in GitHub oder eben in Google-Dokumenten, wenn wir dort mit Bart oder eben dann Gemini sprechen können, dann sind wir auch in dem Bereich dort, wo wir in anderen Bereichen schon lange sind. Wenn wir zum Beispiel mal das nächste Foto anschauen von einer britischen Komedian, die gesagt hat, so hallo, ich bin jetzt verlobt, ich probiere gerade mein Brautkleid an, die hat ja Foto, ihre Anprobe mit dem iPhone fotografiert. Und ich möchte euch mal eine Minute Zeit geben oder kurz, dieses Bild anzuschauen und zu überlegen, ob euch da irgendwas komisch vorkommt. Dieses Bild ist nicht bearbeitet. Das wurde einfach mit dem iPhone geschossen und auf Instagram hochgeladen. Das war Mitte November, also schon ein bisschen her und ging die letzten Tage nochmal auch durch die einschlägigen deutschen Medien. Genau, ich kriege schon im Chat das mit. Wir schauen mal genau hin. Das ist ein Bild und dieselbe Person, die ganz offensichtlich in zwei Spiegel schaut, hat aber drei verschiedene Armposen. Was ist denn da passiert? Und genau diese Frage hat sich auch der Blog Petapixel gestellt. Die Dame hat damit für Aufsehen erregt. Und der Punkt ist, ein iPhone oder auch ein anderes Smartphone ist eigentlich keine Kamera, sondern ein Computer. Das heißt, ein algorithmisch gesteuertes Gerät, das nicht ein Foto macht, sondern ganz viele Fotos nacheinander und dann auf Basis bestimmter KI-Entscheidungen, oder Apple würde das marketingtechnisch wahrscheinlich eher Machine Learning, algorithmische Entscheidungen nennen, die besten Ausschnitte auswählt und zusammenfügt. Das kennt man aus der Fotografie schon relativ lange, wenn man zum Beispiel HDR, also High Dynamic Range Bilder sich anschaut. Das sind Bilder, bei denen sehr dunkle Bildpartien und sehr helle Bildpartien in einem Foto enthalten sind, sodass man aber trotzdem überall noch Details erkennen kann. Da ist das schon sichtbar und lange. Wir sehen also jetzt diese KI oder dieses Machine Learning hintendran. Das sehen wir bei Fotografien nur, wenn irgendwas schief geht. Und genau das, finde ich, ist doch irgendwie bezeichnend für die Entwicklung, der wir gerade vielleicht entgegenblicken. Denn ich glaube, dass Technologie im Moment schon massiv in unser Leben und unser Handeln eingreift. Aber zu vermutlich, keine Ahnung, 98, 99 Prozent, ohne dass wir es bemerken oder ohne dass wir es zumindest kritisch im Sinne von, ich will das gar nicht betrachten. Und meine These ist, dass es mit KI so ähnlich gehen wird. Nur, dass wir im Moment noch an einem Punkt sind, wo wir die Möglichkeit haben, zu reflektieren, wie weit wir es eigentlich kommen lassen wollen. Wie weit wollen wir eigentlich KI eingreifen lassen, bevor irgendwas schief läuft. Dass es eben nicht erst dann sichtbar wird, wenn etwas schief gelaufen ist, wie in diesem Foto. Und gerade in Bezug auf Informationskompetenz oder wissenschaftliches Schreiben mit KI, habe ich den Eindruck, dass wir zu häufig oder sehr häufig immer noch diskutieren, um in dem Bild von Fotografie zu bleiben, dass wir den Leuten beibringen wollen, wie sie mit einer alten Spiegelreflexkamera im manuellen Modus fotografieren sollen oder können. Das heißt, wir wollen ihnen zeigen, du musst die Blende so einstellen und die ISO-Werte und die Verschlusszeit und das beeinflusst sich alles gegenseitig. Das ist super komplex. Aber ist es nicht eigentlich viel schöner, dass jeder von uns ein Smartphone in der Tasche hat und jeden x-beliebigen Moment aus seiner individuellen Perspektive festhalten kann? Das heißt, wem oder welcher Position räumen wir mehr Wichtigkeit oder mehr Relevanz ein? Oder braucht es beides? Und in welchem Stadium braucht es? Wann? Welche Ausprägung? Geht es darum, dass wir minutiös genau an den Stellrädchen drehen können oder geht es darum, dass wir unsere Perspektive klar machen können? Und genau das ist beim wissenschaftlichen Schreiben mit KI, finde ich, genauso. Wir können natürlich das Handwerkszeug supergut können und die Leute, die das beherrschen werden, auch mit KI sicher viel bessere Texte verfassen können. Aber ich würde es deshalb nicht verteufeln. Ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit und wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Und deshalb würde ich hier fast in dasselbe Horn stoßen wie Annika Limburg gestern Vormittag in der Eröffnungskino. Wir sollten nicht darüber nachdenken, ob wir KI nutzen, sondern wir sollten darüber nachdenken, wie und wofür wir sie eigentlich nutzen wollen. Und gerade in meinem Fach, in der Medienpädagogik, Mediendidaktik oder auch Hochschuldidaktik, da versuchen wir mit diesen technologischen Innovationen eigentlich sehr innovativ und kreativ umzugehen. Also wir wollen ja den Personen, die zu uns kommen, Kompetenzen mit auf den Weg geben oder sie dabei unterstützen, diese Kompetenzen selbst zu entwickeln, ihre eigene Welt zu gestalten. Und das geschieht bei uns in ko-kreativen Prozessen. Das heißt gemeinsam und auf eine kreative Art und Weise. Und diese Auseinandersetzung auf diese Art und Weise, die ermöglicht eben Partizipation, Emanzipation. Und das sind doch eigentlich Werte, die Zuversicht erzeugen. Das heißt, wir wollen da positiv rangehen. Wir wollen das positiv framen. Und wir wollen das als Stärke des Bildungswesens ausspielen. Das heißt, wenn wir Digitalität im Bildungswesen, und dazu zähle ich jetzt sowohl die Hochschulen als auch die Bibliotheken, auslegen, dann können ja eigentlich alle teilhaben. Und jede Stimme soll und kann gehört werden. Und das ist das Schöne daran. Und nur mit dieser Vielfalt, glaube ich, können wir diese komplexen Probleme lösen, vor die uns die digitale Transformation zurzeit stellt. Niemand kann alleine diese Probleme lösen. Auch kein Staat alleine. Sondern wir müssen das wirklich global denken. Und ich bin sehr froh, dass ich das hier heute auf der VBIP sagen kann. Also auf einer Konferenz, die eigentlich weit außerhalb, nicht allzu weit, aber ein Stück weit außerhalb meiner eigenen Bubble liegt. Denn wir, die Hochschulen, und auch wenn ich auf meine Studierenden blicke, diejenigen, die später ans gymnasiale Lehramt gehen, haben wir nur Zugriff auf einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft. Nämlich allejenigen, die sich in formalen Bildungskontexten befinden. An den Bibliotheken. Da kommen viel mehr Leute rein. Da kommen Kindergärten rein. Da kommen Grundschulklassen rein. Da kommen berufstätige Erwachsene rein. Da kommen auch Seniorinnen und Senioren rein. Und wenn wir versuchen oder das schaffen, auch in dieser Sphäre diese Botschaft von Digitalität zu verbreiten oder dieses Konzept, dieses Paradigma zu leben tatsächlich, dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und möglicherweise kommt es uns manchmal so vor, als seien uns die Hände gebunden. Aber dann ist das, glaube ich, nur so, weil wir denken, dass wir noch in diesem Gutenberg-Paradigma hängen, in der Gutenberg-Galaxis. Und ich glaube, an vielen Stellen lohnt es sich, einfach mal daraus herauszutreten und die Prozesse digital zu denken und digital zu konzipieren und zu schauen, was dann passiert. Denn in der Regel hat das kaum negative Folgen, wenn es nicht granatenmäßig gegen die Wand gefahren wird. Aber ich bin guter Dinge, dass in dieser Runde hier gerade sehr viele Leute sitzen, die das sauber und ordentlich steuern können. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns der Rahmenbedingungen bewusst sind, also dieser Kultur der Digitalität, dass wir dann unsere Aktivitäten viel besser darauf abstimmen können, dass wir viel differenzierter Dinge betrachten können und Handlungen begründen können und so natürlich auch andere Personen für unsere Motivation gewinnen können. Und zum Schluss müsste ich noch eine Sache hier ganz öffentlich kundtun, denn eigentlich ist mir ein anderes Franchise als Star Wars viel lieber. Das spielt in der fernen Zukunft, nicht in der Vergangenheit, wie das Star Wars-Universum. Und weil es eben in der Zukunft spielt und sehr viel optimistischer geframed ist, würde ich euch alle gerne damit entlassen und sagen, ihr könnt auf eurer Fantasie freien Lauf lassen. Wenn es heißt, und jetzt müsst ihr euch die Musik selber dazu denken, Bildungswelten, unendliche Möglichkeiten. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Dies sind die Abenteuer der neuen Generation Lehrender, die viele Schritte von konventionellen Methoden entfernt ist, um neue Wissensgebiete zu erschließen, zeitgemäße Lernformen und innovative Methoden zu erforschen. Mutig lehren sie, wie es noch nie jemand zuvor getan hat. In diesem Sinne, lernet lang und in Frieden. Vielen Dank.